Wenn man das Wort Einmischung googelt, dann kommt sofort und am allermeisten Einmischung verboten, Einmischung unerwünscht, Einmischung zurückgewiesen, lauter sehr negative Begriffe. Ich glaube, dass Einmischung ein sehr hohes Gut ist, eine große Qualität hat, großen Mut braucht, nämlich da, wo sie was kostet. Zum Beispiel in der Türkei heute Journalisten und Künstler, die sich einmischen. Zum Beispiel in Russland ganz aktuell Kirill Serebrennikov, der sich eingemischt hat mit seinem Theater, ist unter Hausarrest gestellt und wird möglicherweise verurteilt für angeblich die Unterschlagung von Geldern einer Inszenierung, die, so wird behauptet, gar nie stattgefunden hat. Sie läuft aber seit drei Jahren. Diese Künstler, diese Journalisten wagen etwas. Für uns hier in Deutschland ist das sehr viel schwerer, so einen Mut zu beweisen, weil es einfacher ist, sich einzumischen. Ich habe allergrößten Respekt vor den Kollegen, den Künstlerjournalisten, die sich unter ganz anderen Bedingungen einmischen.